Also, ich stehe jetzt da gerade vor dem Iron Max Stand. Neben mir ist die Vize-Deutsche Meisterin in der Bikini-Klasse, Ramona Valery Alp. Hallo Ramona. Hi. Hi. Alles klar? Ja, bei dir? Ja, ein bisschen im Stress, aber okay. Und wie gefällt es dir heute hier an der IFBB in der Schweiz? Ja, super, auf jeden Fall. Also, ich mache es ja in Deutschland, ja. In Deutschland ist es nochmal ein bisschen anders da. Also, sagen wir mal so, es sind ein bisschen mehr Athleten, aber so vom Aufbau her ist es hier auf jeden Fall mehr. Also, mehr Action, kann man sagen. Und hast du schon etwas gespürt von der Stimmung im Publikum? Gefällt es dir? Ja, also, ich denke mal, die Leute sind gut drauf, ne? Ja. Ja. Ich habe gesehen, du hast den Special Guest heute schon begrüßen dürfen oder hast du ihn getroffen. Was hältst du von dieser Idee oder bist du total überrascht, dass hier Branch Warren dabei ist? Also, ich denke, bei den meisten ein bisschen größeren Meisterschaften sind immer, ja, von der Olympia vielleicht welche dabei, also die Profis kann man sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall gut. Ich finde es toll. Also, es ist eine Möglichkeit für die anderen Leute, die es eigentlich immer nur im Fernseher sehen, so, dass die hierher kommen können und ihn mal live sehen. Also, das finde ich schon besser wie in der Zeitschrift oder so. Auf jeden Fall top. Und seine Frau ist ja auch bezaubernd. Und hast du ja auch schon ein Autogramm gesichert? Ja, habe ich, aber ich habe es jetzt vergessen. Also, ich habe gerade ein Autogramm geholt, also ein Bild gemacht, aber Autogramm habe ich vergessen, aber muss ich jetzt gleich nochmal holen. Okay. Ja, dann wollen wir dich nicht mehr länger aufhalten und vielen Dank für das Interview und viel Glück bei deinen weiteren Meisterschaften. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.